In mir ist ein trockener, dunkler Keller wichtig. Das Zimmer ist mir dann egal. Ich verbringe die meiste Zeit in der Dunkelkammer. Äh, ich bin tagsüber im Zug und nur nachts. Nein! Kein Stritt! Hier ist alles freiwillig. Die zittern die ganze Zeit. Ihre Knie, die zittern. Ich hab die mal beobachtet, wie sie die Treppen aufgehen. Oder sie nimmt irgendwas. Das hört mich auch nicht wundern. Das ist meine Wärmflasche. Ich weiß, die ist etwas zu groß. Aber warum soll man immer nur einen kleinen Teil von sich wärmen, oder? Wenn keiner mich wärmt, nehme ich halt. Was hast du? Findest du es mich komisch, zwischen seinem und meinem Bett ständig hin und her zu sprengen? Oh, bist du eifersüchtig. Ich dachte nicht. Ich habe live gesehen, wie die anderen den Arm brechen. An der Bordstandkante, mit den Stiefeln. Ich meine, die Tschech, die ganze Stadt brennt. Und sie reden über ihre Blute. Vielleicht hast du gar kein Geld mehr, wenn die Bankensysteme zusammenbrechen. Die sind da draußen und schlagen sich die Köpfe ein. Komm mit mir auf die Straße, Box. Ich kündige und schließe mich den Protesten an. Wir müssen Ali hier behalten. Ich habe live, Box. Ich habe live, Box.